So, es geht weiter bei Resident Evil Revelations, Episode 3, mit Barry und der lieben Natalia. Und wir sind wieder im freien Himmel. So, was erwartet uns hier? So, finden Sie Alex. Okay, was haben wir hier? Einmal kurz die Gegend der Forsten. So, Mist. Da ist doch was. Haha. Once upon a time, this must have been some kind of mine. Waffe wieder wechseln. Harry, ich denke, ich erinnere etwas. Ich denke, die Frau da war, woanders. Okay. Lass uns nach unten und schauen für einen Weg nach. So. The old sack is gonna pay for what she did to Moira. I'm not leaving this island until she does. Genau. Barry. Wee! Awa! Oh, was haben wir denn hier? So. So. Where the hell are we now? Pistolen munition. So. 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 Den will ich von hinten ja schlagen, ey. So, direkt mit dir. Da komme ich auch nicht weiter. Hm, was mache ich jetzt? Okay. Okay. The only way up is that elevator. Oh, da auch nicht. Auch ein Fahrer gewesen. Okay, dann müssen wir... Da müssen wir mal hin suchen. Irgendwie muss ich da reinkommen. Vielleicht mit Natalia? Nee. Die will nicht. Hm. Guck ich mich hier mal im Tum. Ich find noch ne Kisse mit... Munitioner. Hm. Komm hier nicht weiter. Ah. Ich find noch was immer hier. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ja. Puh. Wir suchen noch mal hier. Oh, nichts. Ah. Hier geht's nicht weiter. Aber hier. Okay. Hier brauchen wir ne Kletterhilfe. Hier geht's auch nicht weiter. Hm. So, dann muss ich mal hier kurz lang. Barry, du musst halt ein bisschen warten. Hier geht's auch nicht. Oh, Mann. So. Ach. So, Barry. Du bist wieder dran. Dann kann der wird nicht mehr missbraucht. Was war das? Dann kann ich hier nicht mehr. Just stay there. Okay. Good God, what a mess. I'm gonna be sick. Wir können wahrscheinlich das Power-Source nutzen. Hmm. 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 This one's dead too. Hmm. Good to wissen. Very good to wissen. Good to wissen. guck mal was ich noch machen ja so ein kleines kind gibt nur so einen schlangen kasten nicht Was muss ich denn nur machen, ey? Ich weiß, der muss da raus. Nur wie? Das ist die Frage. Ich weiß, der muss da raus. Um uns zu zerstören. Mein Vater lag die ganzen Zeit richtig. Alles, was sie will, ist ungeheuer zu erschaffen. Okay, den Rest sparen wir uns. So, hier. Nichts. Gut. Schaden. So. Haben wir schon mal hier einen mit Schaden 3. So. Okay, was soll ich hier? Ah, die Feuillabänder funktionieren wieder. So, dann wieder rein. Dann wieder raus. Was ist das? Kong Kong. Kommt her! Kommt her! Oh, das ist tot! Ich glaube, der ist hier, wenn wir es noch häufiger zu tun bekommen. Hm. Jetzt hat sie uns hier eingesperrt. Ja, da war nichts. So. Ich werde meine Brüder weg, wenn ich das Ganze versuche, wenn ich das Ganze nach dem Elevator zurückkehre. naja es gibt ja förderbinder die sache erreicht am berg sooo ja ja so kurz gucken ha natalia musik o so gucken wo haben wir ein förderband da oben o o Oh, ist jemand hier? Oh, ist jemand hier? So. Ein mit dir, Barry. Mit den guten Dingen. So. Schnell wieder zurück. Niveau. Und warten. Okay. Schnell hier hin. Ich gehe schon die Leiter hoch. Das Ding kommt gleich. So. Jetzt haben wir das letzte Teil hier. Natalia, mach mal kurz Platz. So. So. Uh-oh. So. 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 So.